Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Ja, ich will das gerne schaffen. Ja, ich will das Level gerne schaffen. Ich habe keine Ahnung, ob es mir wirklich möglich sein wird. Ich wünsche es mir natürlich sehr. Nein, nicht hoppeln. Warte, lauf stehen. Na super, zupft es um die Ecke. Tut mir leid für das... Was? Ja, soviel dazu, jetzt habe ich wieder kaum Leben. Ja, ich brauche irgendwas. Ich werde es mit denen wegballern probieren. Alter, du Sau. So. Ja, ja, war klar. Tja, passt. Passt. Dann gehen wir zuerst rüber und rauf. Wah. Kruzifix noch einmal. Entschuldigung, aber ist ja... Wah. Himmelasch und Zwirn. Echtes Gift. Naja, nein, das wird nicht toleriert. Nein. Ich brauche das eine Leben. Ich muss jetzt endlich mal schaffen, Leben aufzubauen. Das gibt es ja nicht. Kruzifix. Türken. Stirb. Stirb. Und du leider auch. Ames Rehlein. Es tut mir sehr leid. Wah. Soo. Soo. Das item immer noch. Jetzt so. So. Du. Sado ukraatla. Oh. Ich dachte, er ist hinten. Alter. Ich dachte, er ist hinten. Ich wollte nämlich gerade schauen, ob mir der eine Kerl wieder von hinten angreifen will. Wow, wow, wow. Wow, jetzt wird es knapp. Steht bitte. Oh je. Ja, ja, mit dem Wässer. Nein, nicht zum Abgrund, um Gottes Willen. Ja, ja. Der hat ihn erschlagen. Ah, lustig. Hey, Karamba. Wow, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich gehe speichern. So, meine Lieben. Ich gehe speichern. Das ist es wert, glaube ich. So, lauf, lauf, lauf. Schnell zurück. Wow. Sehr, sehr. Ah, fein. So, nichts wie speichern. Oh ja, bitte. Nochmal da drauf. Jo, bitte. Jetzt müsste man normalerweise Ruhe haben für diesen Bastarden. Ich hoffe es halt. Wow. Zumindest haben wir mal ein bisschen mehr Leben. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also, da Gesundheit, so muss ich sagen. Leben haben wir nur eins. Das wird momentan nicht besser. Ja, wohl, die sind hin. Das passt. Boah, bin ich froh, dass es diesen Speicherpunkt gibt. Ich sage es euch. Was ist denn mit dir, du Viech? Wie viel Platz? Wir haben jetzt endlich wieder mehr Leben. Mhm. Ja. Außer wenn Zocke wieder Scheiße baut. Dann ist halt aus mit Leben. Ja, ja. Aber das ist eh nichts Neues. Tja. Die Alte. Was kann sie schon? Außer sterben. Na ja. Nee, da muss irgendwas gut sein. Was willst du denn, du Viech? Alter. Schönes Viech an. Das sollst du glauben, oder? So. Jawohl. So, ein bisschen Leben. Super. Weniger, als wir vorher hatten. Auch nicht schlecht. So. Grandios. So. Da hinten haben wir nichts gehabt, ne? Nein. So. Du Sau. Mist, Mistkerl. Hoi, Rekar. Müssen wir noch mal da rein? Och, nö. Das geht jetzt aber speichern. Das lief gut. Das gehe jetzt aber speichern. Da gehe ich jetzt freiwillig zurück. Das war jetzt cool. Wow. Das gehe jetzt aber speichern. Mit dem Leben gehe ich gern weiter. So. Komm her. Grad lang. Steh weg. Ha, ha, ha. Ah. So. Nix wie speichern. Komm. Ja, bitte. So. Oh, yeah. Wow. Das ist ein schönes Ding. Schönes Ding. Baum, Baum. Baum, Baum. Ich muss das speichern. So viel Skill habe ich nie wieder. Das ist kein Skill. Das können kleine Kinder. Da habt ihr bestimmt recht. Nochmal. Ich darf das nochmal machen. Ach so, okay. Ach, ich verstehe schon. Wenn du das einmal durch hast, dann kriegst du die Sachen nicht nochmal. Das wäre auch unfair. Dann würdest du das ja ewig und unendlich bekommen. Das wäre gemein. So, dann der Gratler, ne? Ja, ich glaube, ich werde die wählen. Ja, die pusht jetzt mal ab. Er schafft Seiten. Passt. Wie schmeiße ich Granaten? Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Was haben wir denn da oben? Hä? Da oben drum. Da oben drum ist was. Oh, vielleicht. Ja. Perfekt. Jawohl. Mhm. Oh. Dann sammeln wir das doch lieber gleich ein, ne? Wow. So. Jetzt wäre es irgendwie schön, da rauf zu kommen. Die nehmen wir noch gern mit. Da oben. In die Mitte rauf. Da gibt es was Tolles, glaube ich. So, wir haben aber da irgendwo was. Aha. Erkundet. Das sind überall so... ...so Sachen, wo ich echt nicht weiß, wie da raufkommen soll. Ah, natürlich. So. Aber auf alle Fälle gibt es hier den einzigen Weg nach oben, ne? Da werden wir hier unser Glück probieren müssen. Ah. 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 Servus, du Gratler. Stimmt. Da waren wir jetzt. Perfekt. Wow. Gut. Hat hingehauen. Sehr gut. Ist das ein Schalter? Oh, ja. Ist ein Schalter. So. Oh. Ich mag diese Pfeile. Ich liebe sie. Oh. Leben. Leben. Und Explosionsmunition. Ah. Wie schön. Ist da hinten was versteckt? Tatsächlich. Schachtelpatrünchen. Da ist ja keiner. Ah. Herrlich. So. Jetzt sind wir irgendwie da ganz oben droben. Und der Sprung soll sich ausgehen. Ist der jetzt gestorben? Ich hoffe doch. Wow. Das geht jetzt echt aus. So, jetzt bin ich mal da. Und jetzt? Aha. Darüber. Wow. Wow. Alter Schalter. Yes. Wupp, wupp, wupp. Geschafft. Was haben wir da jetzt bitte bekommen? Äh. Entschuldigung. Ka. Was das ist? Ich lass mal Pfeil und Bogen. Aber wir haben's gekriegt. Boah. So, jetzt ist nur die Frage. Wie geht's jetzt weiter? Ach ja. Hier, Kontrollpunkt und so, ne? Boah, ich bin echt im Überlegen nochmal zurück zu gehen. Zum Speichern. Alter, alter, alter. Granate. Geht nicht mehr. Die paar Meter schaffen wir schon, oder? Ich weiß, das ist ein blödes Hin und Her, aber ich bin so nervös ein bisschen, dass ich da wieder verrecken tue. Da laufe ich lieber, er rennt eh schnell. Da laufe ich lieber die paar Meter zurück und speichere anständig. Ja, würdest du jetzt abnippeln? Der hält bloß aus, ne? Lol. Jetzt hab ich halt Leben verloren. Toll. Meine schönen Lebenspunkte, du Arsch. Aber wir haben halt das eine Teil gefunden und da will ich nicht nochmal rauf, ehrlich gesagt. So. Zurück. Halleluja, Maracuja. Das Geräusch hört sich an wie bei Benjo Kazooie, der Schamane, ne? Wenn der seine Attacke macht. Mhm. Zu elektrisierend. Jo. Lauf, 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 lauf. Mach einen Auflauf, indem du laufst. Ja, 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 ja. Da, 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 da. So. Dann hier weiter. Swing. Bastet, bin glücklich. So. Haha. Ja. Jetzt wär's gut, den da oben abzuballern. Guck mal, da. Boah, der wischt. Sauber. Darum steht auch einer. Oh mein, Ria und Josef. Au. Na, wo schießt denn hin? Jetzt haben wir ihn. Au. Treffe ich was. In der Tat, ich hab was getroffen. Sehr fein. Nochmal. Mhm. Na nu, wo ist jetzt das Blaue hin? Na, sei jetzt bitte nicht verschwunden. Ach, Käse. Jetzt ist das Blaue weg, oder was? Ich geh ein Stück zurück. Ach, scheiße. Aber da, da ist es. Da ist er, ja. Also, das hatten wir schon. Okay. Okay. Ja, wie komm ich da jetzt? Aha, da liegt auch was. Mhm. Besto, ladisch. Passt, der ist hin. Hui. Oh, äh. War der schlau? Ich hoffe doch. Jo. Kann man als schlau bezeichnen. Und der Letzte. Passt und hoch mit uns. So, ein Brunnen hat, ist schon was Feines. Wieso geht's jetzt nicht weiter nach unten? Da bist du so ein kleiner Brunnen. Komm her, du Bratler. Für dich hab ich noch ne Buh... Ne, ne Munition über. Ne Buffen über, sag ich mir genau. Buffen sowieso. Hihi, hihi, hihi. Noch einer. Wie kann der mich treffen? Ich stehe zehn Kilometer weg. So ne Gemeinheit, echt. Wow. Wow. Bast. Wow. Jawohl. Wie darf ich dir gekämmen? Kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Ich hab übrigens das Gefühl, das ist das Ende. Oh ja, es ist das Ende. Das bedeutet, da drüben war noch ein Schlüsselchen. Wow. Wie krieg ich denn? Da waren wir auch schon. So, wie sollen wir den da kriegen? Das soll sie ausgehen? Echt, wahr? Glaub ich fast nicht, oder? Von der anderen Seite... Ah, ich glaub ich hab schon... Ich hab schon eine Idee. Warte mal, ganz kurz. Wow. Ich lauf weiter, ist wurscht. Lauf, 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 lauf. Stuhl vorbei. Ich hab ne Idee. Warte kurz. Da kommt man sicher über Umwege. Dort hin. Oh! Passt. Oh ja. Das machen wir so. Oh ja. Wow. Ja, wenig Leben. Scheiße. Extra Leben. Scheiße. Wo krieg ich jetzt Leben? Woher krieg ich Leben? Scheimdreck. Hm. Hm? Ja. Das ist... Das hab ich viel zu wenig. Viel zu werden, der Kleber. Ich hab und tun, der herst. Zack. Da werden wir aber laden. Da werde ich kein Leben verschwenden. Ich muss die Leben echt zusammen sparen. Das ist... Das geht sicher noch härter hier. Also laden. Hier. Okidoki. So. So. Ja, ja. Der andere Ball hat mir halt weg, ne? Das ist echt doof. Was mach ich da? Warte, ich lade gleich. Was machen wir da? Weil sie eben zu zweit sind, die Gratler. Okay. Oh. Gut. Aha. Mistvieh. Leckiges. Pff. Leben. Ja. Munition. Okay. Haben wir da drüben noch irgendwas? Munitionchen. Ja. Sehr gern gesehen. Ach, du Heilige. Also den kommen wir nicht hin, oder? Glaube ich nicht, ha? Ist eh nix drüben. Alter. Das ist fies. Das ist fies. Ich hätte nochmal zurückgehen sollen. Soll ich das jetzt nochmal schaffen? Hüpfe ich hierher zurück und speichere das. Dass wir die zwei davon gesiegt haben. Ich muss so schnell genug sein, wahrscheinlich. Ah, okay. Ach, Menno. Das kann jetzt wieder 20 Jahre dauern. Das kann ich nicht sein. Das kann ich nicht sein. Das kann ich nicht sein, Gratler. Das kann ich nicht sein. Wahrscheinlich, ne? Toll. Mach ich das jetzt durchlaufen einfach. Oh, gut. Ja. So geht's. Zwei Lebenspunkte. Ja. So klappt's. Okay. Na nü. So. Dann nochmal zurück. Wir haben nur mehr 18 Lebenspunkte. Das ist echt viel. Komme ich da überhaupt nochmal zurück? Ja. Gut. Wow. So. Ja. Hier hin, bitte. Ach, du Heilige. Und zurück. Ja, da werden wir jetzt echt viel schaffen. Also ich halt. Mit 18 Lebenspunkten. Alles klärchen. Wow. Ja, hallo. Würdest du sterben? Du Idiot. Ah, ja. Jetzt falle ich hinten runter. Ist eh klar. Ich habe leider keinen Rückspiegel, wisst ihr? Das ist echt wieder typisch ich. Geht dreck. Wie wenig Leben man da einfach hat, ne? Puh. Also, so ich halt spiele, ne? Immer am Limit. So. Jetzt habe ich noch nebenbei auf die Uhr geklutscht. Das war nicht so schlau. Jetzt werde ich fast runtergestützt. Komm her, du Gratler-Fisch. Ja, jetzt habe ich was getroffen. Vorher nicht. So. Das lief besser. Ja. 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 Das ist logisch. Ja. Hihihihi. Ja. Haha. Lustig. Katastrophe. Das ist echt übel. Das ist übel, meine Lieben. Ich brauche was zu essen. Ich brauche Leben. Ich brauche alles. Hui. Hui. Hallelu National hekt. Oh Gott. Ja, ja. Das war Sch end. Oh shit. Og brightly. Ts Sharp. Oh hot. Das war Sch end. 아 hab ich da. Du Gratlerviech! Rennt da um auch einer rum? K. Mach ihn doch put! Du kannst ihn kaputt machen, weißt du? Du brauchst ihn nur kaputt machen. Bitte! Ui, Rekar! War zweifach runtergefallen. Passt! Uah, ah, au! Passt! Komm! So, ist fein. Oh je. Passt. Haben wir noch... ...einen einzigen? Da ist der besser, glaube ich. Ich will echt wissen, wie man Granaten schmeißen kann. Ich habe ja welche aufgesammelt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die nutzen kann. Darf ich die vielleicht zum Schluss gar nicht verwenden? Ist das möglich? Hm. Übrigens, mit dem Pfeil da, also mit den Tasten 1 und 2 kann man auch... Man kann immer, also mit den Nummern-Tasten kann man da scheinbar immer, ähm, ja. Und so, kann man immer die Waffen wechseln. Ich prüfe jetzt einfach mal die Knöpfe aus. Ne. Ist, glaube ich, nicht möglich. Man kann scheinbar wirklich keine Granaten und so. Finde ich gerade echt doof. Ja, was weiß. Passt, Kontrollpunkt. Au. Passt. Hier gibt es aber auch nichts, wo mir was zum Heilen... Wie gemein ist denn das? Der Wischmann denn? Nein, nicht wirklich, ne. Wow. Ich Idiot. So, ist da was zum Heilen? Oh mein Gott, so nah, aber das ist so ein Gratler. Mit Munition. Schweinchen! Bitte warte, Schweinchen! Wow. Der ist auch gestolpert. Oh, wie schön. Halt, da rüben sind ein paar. Nanu! Jawohl. Und das ist wieder ein Dino. Kann man hier... Ah, Munitionswasser. Kann ich so sagen. Munitionswasser, das war schönes Deutsch. Ja, bist du nahrisch. Die Respawn, der wieder wie die... Ja, das habe ich befürchtet. Soll ich da mein Leben opfern? Das eine. Dann habe ich hier noch einzelne Reserve. Beast er es hin? Schlucht. Schlucht. Tech-Rüstung! Endlich, wir halten mehr aus! Ich glaube, ich spinne! Hurra! Hurra, hurra! Hurra! Wie schön! Wurde ja auch langsam Zeit, echt. So. Das wurde jetzt aber echt schon mal Zeit. Wow, da hat der Deichsel da. So. Oh, ey. Sehr gut. Wow! Ich lauf mal. Na, da war der nächste Gratler. Oh Gott, und der Große wartet auch schon wieder. Das ist echt übel mit dem wenigen Leben. Ah, da gehe ich lieber. So, was haben wir noch? Ja. Große Auswahl. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ach so, ich verstehe die Rüstung. Aha, okay, die schützt mich nur kurzzeitig. Aha, okay, dann ist sie wieder weg. Ach, schade. Ich dachte, die bleibt für immer. Schade. Schade. Wow. Ich muss leider jetzt wieder mehr mit dem Messer arbeiten. Was leider Gottes nicht sonderlich krass ist, aber... Muss ich leider machen. Was, die haben wir schon mal? Na, servus. Der Big Boss auch noch. Ja, hier ist gar nichts, ne? Au. Au. Wo ist er denn? Au! Steh weg, du Saufich. Fähig. Geht ja. Ha, da ist noch ein kleiner. Noch viele kleine. Wah. Äh, wach, hör auf. Alter. Stirb. Wieso kommt jetzt immer mehr? Es muss jetzt mal Ruhe sein hier. Au. Alter, schwer denn. Na, ist sie unglaublich. Hm. Bin ich da überhaupt richtig? Vielleicht einfach nur durchhören. Vielleicht muss ich ja gar nicht zwingend alle Gegner besiegen. Oder vielleicht doch. Au. Komme ich da rein? Au. Gibt sich irgendwo einen Schalter. Da hinten sind die Nächsten. Das gibt's ja nicht. Entkleben. Vor allem entkleben. Ich will da rein. Ich will ehrlich gesagt da gern rein, aber gibt's da nicht irgendwie... Hm. Gibt es hier keinen Schalter oder so? Wie kommen wir dann da rein? Aufsprengen. Kaputt machen. Nö. Da muss es schon einen Schalter geben oder so, ne? Zum draufstehen. Aber wo ist die Frage? Oh meine Güte, der Part ist zu Ende entschuldigt bitte, meine Lieben. Äh, ich hab schon wieder total die Zeit übersehen. Na gut, ihr Lieben, dann machen wir Schluss für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.